Tanya und ich sind auf dem Weg zum Kletcher. Zum Ruabren. Ruabren, ja. Wir sind jetzt nämlich in Odda angekommen. Odda ist so eine kleine Stadt. Die meisten Leute gehen hierher, um auf die Trolltung zu klettern. Aber dafür sind wir zu krank. Deshalb wollen wir uns das lieber nicht antun, da zwölf Stunden hoch zu stapfen. Oder hoch und runter zu stapfen. Weil wir Angst haben, dass wir stecken bleiben. Und alle Mühe auf das tun. Und dann gehen wir halt viel lieber zum Kletcher. Der ist nämlich nicht so weit. Wir laufen jetzt 5,2 Kilometer hin. Und dann sind wir fünf Stunden hoch und runter. Und dann wieder zurück. Also es geht. Wir haben gerade jemanden gefunden, der uns das letzte Stück mitgenommen hat. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Gletscher. Den sieht man hier schon. Also jetzt müssen wir quasi nur noch den Gletscherwanderweg laufen. Und man sieht den Gletscher schon. Und es ist voll cool, weil heute ist der erste Tag an dem es nicht regnet. Also Sonne. Und meine Sonnenbrille ging kaputt. Ja. Irgendjemand hat sich drauf gesetzt oder drauf gelegt. Und da oben kann man schon ein bisschen den Gletscher erkennen, da wo es so weiß ist. Ja, das ist Gletscher. Und hier unten ist bestimmt das Gletschertal. Gibt es auch Gletscherschenkel? Nein, Schenkel gibt es nicht. Hä? Aber irgend sowas gibt. Das heißt nicht Schenkel. Heißt das nicht Schenkel? Nein. Das sind die Zungen. Nein, es gibt nur eine Zunge darauf. Ja. 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 parler. Nein. got mich in der Place was mir in THIS Arts musical zu meot months Und wenn wir drei Uhr in die湮 waren, in Österreich ist das�� разделful. Undsem war. Undpresverte ich Oberlands hat andere несколько Wärten, ich sollte ganz Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben es geschafft, wir sind ganz oben und es war anstrengend. Also es gab Stücke, die konnte man nur mit einem Seil hochklettern. Aber wir sind von ganz da unten, hinter dem Eck rum noch, bis dahin geklettert. Ja, bis jetzt. Bis jetzt. Untertitelung. BR 2018 Wir haben jetzt welche gefunden. Mit denen können wir bis nach Oslo Wind fahren. Ja, auf jeden Fall sind die voll lieb aus Österreichs und Pärchen. Wir wissen nicht, ob sie Pärchen sind. Wir wissen es nicht. Pärchen, Geschwister, whatever. Aber auf jeden Fall ist es voll cool, weil wir uns um nichts mehr genackt machen müssen, weil wir überall mit dem Auto hinfahren. Und wir haben hier einen niceen View am Start. Wir haben hier einen tollen Weg. Wir haben hier einen tollen Weg. Wir gehen. Wir gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017